jo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde fortz im 2 gegen 2 modus diesmal und ich habe mir einen ziemlich guten spieler angeholt und zwar meim und ich haben ein paar runden zusammen gespielt und die haben wir gegen patrick und bowser bestritten auf select tides ich wünsche euch viel spaß in dem sinne let's go dasselbe noch mal nur in gut ja okay perfekt ich habe ich ja bock drauf endlich mal nicht missplänen und ich bin unten was an bord machen hier muss ich laser spielen du musst auch an bord machen noch mal nimmst du jetzt auch so an bord machen ja gut man kann damit machen aber muss man nicht so man kann ja nicht für jedes mögliche video eine an mod machen das ist ja auch überfordernd die goldsbeammer sind da sehr zeitsparend die goldsbeammer haben so eine an mod die schneiden die immer nach vorne wird einfach immer wieder verwendet so damit weg 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 oh nein tick vergessen jetzt muss ich ja meinen 20 millimeter schnell nicht jetzt machen das will ich mal sehen dass das das funktioniert das will ich auch mal sehen der obere baut doch sehr viel anhofer zu kommen wie die sparen bauen die bauen sogar nicht mal als hintergrundverstrebungen in die windräder rein das ist auch dumm weil es verzieht sich trotzdem nicht das ist einfach die sparen sich den balken sind richtige spar füchse tja ja mit den ressourcen hat ist jetzt so eine sache nur risk no fun das hätte ich nicht machen sollen oh gott lauter was baue ich laser ja laser mein gott lieber laser will ich vergessen was ich bauen wollte laser zum laser rinos kommen das kann doch jetzt nicht wahr sein so ja jetzt schon wieder das wird jetzt wenn die schief läuft ich habe sie noch reich gebaut ich meine ich guck mal guck mal guck mal guck mal und hat noch eine werkstatt der baut büß wieder ich bin so ein digger hast du das gesehen nein ich habe es gehört es hat sich krass angehört es war auch krass hast du einen imp raus genommen oder einen sniper ja weil er da gerade auf die tor eingezogen hat da bin ich jetzt ganz stolz zu recht das heißt auch ich kann diese medal streben verkaufen und jetzt bin ich so green wenn er unter einer bus hat hat er wahrscheinlich aber der hat keinen platz um die zu schießen deswegen erstmal entspannt weiter wollen aber die jungen die hohe steht jetzt schon die auf vier auf drei minuten fünf das ist schnell du bist ja auch der berühmt berüchtigte malme ich bin der beste deutsche eben also sagen manche aber das sagen alle sagt einer aber das wird ja schon bedeuten dass er nicht ganz schlecht bis stimmt natürlich das sind weise worte ich mich jetzt auch ein bisschen geehrt verblüffend aber okay freut mich naja hier von rang 3 so überfüllt zu werden mit komplimenten ist ja schon was da fühlt man sich als rang 2 bestimmt direkt viel besser das mal machen so dass die leute nur mit ihrem rang angesprochen werden das ist aber nächstes level klassengesellschaft und ich find's geil er hat doch eine imp gebaut mir ist ja so ein illegaler hengst aber ich habe ja jetzt gar nicht ganz viele gröner welcher jetzt schon eingebaut ja jetzt schon oh ich krieg ja so ein kotzreiz digga wenn du jetzt vorm feuer mit dem plasmas stirbst ne wir wollen direkt in die nächste aufnahme springen das war nur ein feuerlaser bisher aber der plasma ist direkt da drüber nein der geht raus wenn plasma stirbt oder nein ja der hat gar nix gegen den haue der ist er er ist dead das machen nur rang 5 spieler genau bro jetzt wird gut alles gut easy der ist ja auch nur rang 15 oder so mir ging es nie besser alter war das knapp ich schwank ein bisschen ach das ist gut junge boah der aber guck ey jetzt mal real talk die haues oh schnackhaft oh mein gott der wurde ja abgesehen mit 6 minuten ey die tut mir ja schon fast leid das ist so kurz er kommt da gleich dann kommen an dem tag zwei videos alter der arme bowser ja der tut mir ja schon fast leid ich bin dann weggehe ja besser ist das auch der hobitzer perfekt der firebeam zündet den sogar noch an dadurch kommt der brandschaden überall hin plasma schält den ab und dann an 20er hinterher falls das nicht gereicht hätte insane was soll man dazu noch sagen das war jetzt gerade wirklich cleanes gameplay außer dass du fast gestorben bist nein nein das war alles geplant das war der bait so das war es auch schon wieder ich hoffe die runde aufs delictides zusammen mit mal hat euch gefallen falls es ihm so sein sollte schreibt gerne was in die kommentare lasst ein like oder ein abo da und seit donnerstags immer dabei 20 uhr twitch link ist in der beschreibung das macht immer sehr viel spaß und in dem sinne haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal